Haha, Kitchen Time! Heute machen wir vegane Pampe. Dafür brauchen wir veganes Hack, rote Linsen, Knoblauch-Lowbeerblätter und Meeren. Zwei Portionen Linsen durchspülen und einweichen lassen. Hacken die Pfanne und mit etwas Öl abbacken. Und zwischendurch hacken wir ein paar Meeren. Gefolgt von Knoblauch. Nun kommt alles zu dem Hack. Man nimmt Salz und Pfeffer. Unsere Linsen sind mittlerweile aufgegangen und diese kommen oben drauf. Mit heißem Wasser auffüllen. Das Ganze durchfrühen und köcheln lassen. Sobald das Ganze zu einer leckeren Pampe geworden ist, sind wir fertig. Essenszeit! Num-num-num-num-num-num-num-num-num! wir habe mir vier Hashem! Und das war gut! Dieerin weiß mit dem Kutus.